Peckluck so gut, it's unbelievable. Unbelievable. Oh, du kleiner Schwanz. Er zieht Alvarez. Der hat da richtig Glück, Alter. Oh, guck mal da. Ey, willst du mich verarschen? Alvarez, Vitinha, Balberto, Frank Garcia. Guck mal, so geil, Alter. Was ein Greenscreen. Ich feier das richtig. Die Engländer sind sympathisch. Die Leute sollen die Fresse halten, die reinschreien. Geht's auf englische Clips? Ja, die englischen Clips sind zehnmal geiler als die deutschen, Digga. Bei denen ist immer irgendwas Geiles am Start. Ich find keinen Deutschen, der solche coolen Sachen zieht und Sachen hat. Deswegen, Leute, die Engländer sind auch cool drauf. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, die ganze deutsche Szene, egal ob FIFA oder sonst irgendwas, kopiert ja eh alles aus Amerika und England. Deswegen braucht man da gar nicht lange zu schnacken. Kuss geht raus, seid die Besten. Lieb euch alle, abonnieren. liches Vorfahren